Und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Raft. Moin moin. Wir fahren dann mal weiter zur Insel, ne? Ja, mach das. Insel ist immer was Gutes. Da gibt's viel Stuff. Teilweise. Ja, und dann können wir auch... Teilweise auch nicht. Wir können unseren Anker dann endlich mal ausprobieren. Das stimmt. Erstmal gleich was drin. Rafti, wir brauchen, glaube ich, eine Federkiste. Eine große Federkiste. Wir brauchen allgemein größere Kisten. Ja, und dann... Größere Federkiste. Federn neben Überhand. Das ermögliche ich dir jetzt. Größere Kisten. Ich bin dafür, das Lager sollten wir zum Schluss bauen. Ja, ich hab erstmal nur Kisten gebaut. Damit wir ein bisschen was ablagern können. Hast du schon Anker gesetzt? Ja. Okay, sind wir schon da. Ein bisschen schwimmen können wir ja wohl, oder? Ähm, nein. Weil ich weiß, hier gibt es nämlich auch noch andere Tiere. Oh. Oh ja. Da war was. Auf diese Insel hast du dich doch gefreut, oder? Nein. Definitiv ist nein. Ich wäre jetzt davon ausgegangen. Du hättest gesagt, ja, diese Insel habe ich die ganze Zeit gesucht. Nein. Ich dachte, an dieser Insel fahren wir noch sehr, sehr lange vorbei. Ja, aber wir müssen leider. Uns fehlt es an allen. Ja, an allen ja nun nicht, ne? Da teilt man nur. Ja, Hai ist gerade auch tot. Dann geh ich jetzt mal schwimmen, ne? Ja, mach das. Ich hab schon wieder ein paar von den netten Dings. Bären. Bevor ich schwimmen gehe... Aua. Sag ich doch. Na, Vogel, oder? Ja. Wer sollte es sonst sein? Wildschwein? So weit auf dem Berg? Ja. Der Blutgeier tornt hier rum. Der nervt jetzt schon. Pfeil und Bogen wäre jetzt natürlich eine Möglichkeit und ihn wegschießen, aber... Aber meine Höhle, meine Skills diesbezüglich sind, ähm, nicht sehr gut. Ah, Höhle müsste ich auch noch dann rein. Aber ich wollte mal eben das ausnutzen, dass der Hai gerade gestorben ist. Ja, auf jeden Fall ist hier auch Dreck. Ja, das werde ich dann gleich einsammeln gehen. Dann können wir das nämlich erforschen und können auch endlich die Tierplattformen dann bauen, die jetzt gerade noch uninteressant sind, weil wir erstmal den Netzwerfer machen müssen und dann müssen wir noch Kugel verschließen und... Ja, ich hab schon mal Pilze und so aus der Höhle genommen. Nicht, was du dich von unten darfst und toll. Und die Kiste hat natürlich nicht reingepasst, ne? Doch. Achso. Aber... Ich möchte hier gerade weg. Nein, der geht hoch. Ah, scheiße. Schade. Das hätte ja fast geklappt. Dann hätte ich den Kugelfisch gehabt. Toll. Die Wildsau ist echt für den Arsch. Ups. Du sagst jetzt nicht, dass du gestorben bist, oder? Nein. Aber sie hat mich wieder auf den Kieker. Ah, wenn's männlich ist. Ja, ne. Die will doch auch noch ein bisschen spielen. Ich aber nicht mit ihr. Die nervt. Auch. Der Vogel. Hast du also zwei neue Freunde? Ja, zu viele. Es könnten ruhig zwei weniger sein. Also drei. Mathematik aufgefallen, ne? Ja, ist ja gut. Und du schwimmst gerade an der Sissi, oder was? Ja, weil unser anderer Freund halt gerade tot ist. Da dachte ich mir, nehm ich mir mal eben die Zeit und sammle mal ein bisschen. Und ich sollte auftauchen. Und ich vergesse mal, dass ich halt ohne Taucherausrüstung hier unterwegs bin. Ja, nicht so gut. Ah, ein bisschen Zeit hat man ja, bis man stirbt. Etwas? Aber ich muss so oder so einmal ablegen gehen. Ich habe einen Schotthaken gerade unter Wasser bekommen. Nice. Guck mal, Metalllaternen können wir jetzt auch. Ist auch gut. Denn für unseren Meisterkoch habe ich auch noch was mitgebracht. Auch noch? Ja. Junge, jetzt werde ich aber... Gibt's denn schön was? Ich habe Silberalben mitgebracht. Nice. Ja, hier auf der Insel gibt's auch diese schönen, wie heißen sie noch? Diese Bären. Ah, das hört sich gut an. Ja. Wieso laufe ich eigentlich die ganze Zeit immer mit vollen Inventarungen? Egal, was ich mache. Das kann ich dir nicht sagen. Jedes Mal ausgleiche. Ich sollte erst mal den alten Müll einmal verbrauchen und dann... mir was Neues machen. Okay, noch mal ein bisschen unter Wasser. Aber ich denke mal, unser Kollege... Ja, unser Kollege ist wieder da. Ist er schon wieder? Ja. Nett. Trink ich mal eben was. Dann machen wir als erstes die Höhle. Das ist übrigens diese Insel mit den ganz tiefen Fluchten, wo du runtertauchen kannst, wo Metall hängt. Ah. Sonst war alles aus der Höhle raus, nur der... Äh, Dreck fehlt noch, ja. Ja. Dann gehen wir doch mal da hin und holen ein bisschen Dreck. Danach töten wir den Hai und dann gehen wir zu zweit noch mal ein bisschen tauchen. Hört sich dann am Planer. Das glaube ich so. Ich brate noch mal eben ein bisschen was ab. Ja. Ja, alleine ist es ein bisschen doof, wenn ich da unten dann tauchen gehe, bis der... Bis ich halt alles gesammelt habe. Naja, klar. Ist der Hai wieder da. Aber ganz gesammelt hast du die Insel nicht, ne? Nein, ich konnte nicht. Wie gesagt, ich wurde ja wieder belästigt. Ah, weil hier noch ein Mangobaum hängt. Ich weiß, und ich musste auch zurück. Ich hatte... Könnte ich ja eigentlich mal... Was brauche ich denn dafür? Damit das nicht immer so schnell kaputt geht. Weißt du, was jetzt toll wäre? Rucksäcke. Wieso tust du das eigentlich immer hier noch rein? Das soll hier doch gar nicht rein. Ich habe mich eben schnell leer gemacht. Habe ich gemerkt. Immer irgendwo anders rein. Junge, Junge, Junge. Ja. So, dass du suchen musst. Ne. Mach ich nicht. Bin ich nicht genau. Nicht? Nein. Suche immer noch den Höhleneingang. Er ist gar nicht so weit weg, wie du denkst. Ja, ich habe eher so das Problem... Mr. Vogel. Ach so, das piepmatzige Problem. Ja. Nice. Aber ich habe die Höhle gefunden. Dann holen wir uns doch noch ein bisschen Dreck gleich mit. Ja. Wenn wir hier schon mal angedockt haben. Was habe ich dir jetzt bitte getan? Ich habe dir gar nichts getan. Vogel oder Schwein? Vogel. Aber es ist immer der Vogel. Weil ich halt wieder abgehauen bin, ne? Hat er sich gemerkt, er mag mich jetzt nicht mehr so? Ein Narr. Ja. Irgendwo hier rechts turnt das Schwein rum, hast du gesehen, ne? Wo denn? Da. Ja. Mist, der Schwein. Mist, der Schwein. Mist, der Schwein, ich bin ein Hai. Lassen Sie mich. Ah, der hält verdammt viel aus. Ah, meine Pfeile. Ein paar habe ich auch... glaube ich habe bekommen. Voll. Oh, der ist gerade nicht... Was zum Teufel macht der gerade? Breakdance. Also, das müssen die unbedingt... Ja, unbedingt ändern. Magst du mich dann gleich mal auf ein Bett werfen? Wie, bist du tot? Ja. Ich darf das Bett noch finden. Ah, nein. Wie konnte das mir passieren? Ich habe gerade voll auf... Ich habe voll den Vogel vergessen. Ja. Nein. Du auch jetzt? Nein. Ich habe dich bloß fallen lassen. Achso. Achso, du lässt mich einfach fallen? Ja, da war ein Melon, die wollte ich noch mitnehmen. Achso. Ich bin also nicht so wichtig wie eine Melone. Melone ist Essen. Achso, mich könntest du nicht essen. Leider ja nicht. Du mal, wir haben fast geschafft. Erinnert mich ein bisschen so an Kannibalismus. Genau. Das. Ähm... Kann ich mit dir schwimmen? Ja. Gut. Ansonsten hätten wir jetzt nämlich ein Problem. Außerdem wäschst du mich dann auch noch gleich nebenbei. Der Hai sollte dich eigentlich auch nicht angreifen. Ich bin ja eigentlich sowas wie eine Art Hai. Hm. Hä? Ah. Drücke eine beliebige Taste, um aufzuwarten. Ja. Bin ich wirklich gestorben? Ich weiß nicht, ob du am Maisdurchfall gestorben bist. Nee, daran bestimmt nicht. Auch wenn ich Mexikanisch mag. Ich mag es, Mexikanisch zu essen. Achso. Crafty? Ja, bitte. Oh, ja. Ja, sagen wir mal so, das Ferkel sitzt auch auf dem Grill. Nice. Also Wassermelonen, die bringen halt die für den Wasserhaushalt richtig hoch, aber sonst... Äh, essenstechnisch sind da dann eher die Ananas besser. Ja. Und Mongos. Ja. Ähm, Mangos. So. Wieso sind die auf der Insel noch nicht fertig? Nee, irgendjemand ist ja gestorben. Unter anderem? Kannst ja nur du wieder gewesen sein, ne? Nein, niemals. Ich würde ja niemals sterben. Oh, guck mal, wir können Wiese. Ja. Ich wollte dann immer meine Wiese hier auf... ...wo er sehen, Bauern. Hm. Ah, der wird doch gar nicht lange auf sich warten lassen. Ach, der Vogel, der kommt gleich. Ja, ich könnte... Oh, das Lager. Ganz vergessen. Wenn ich wollen würde... ...könnte ich das doch machen. Ah, das machen. Ja, gelernt, dass wir Sauerstoffflaschen machen können. Wir haben noch keinen Ton gelernt. Wir haben noch keinen... Scheint nicht so. Jetzt wissen wir wenigstens auch, dass es Tonschalen gibt. Das ist doch gut. Ja, und für alles Weitere müssen wir Tiere sammeln. Schrägstrich... Ähm... ...Bienen sammeln. Okay, Bienen sind auch Tiere. Das stimmt. Aber... ...du weißt, was ich bestimmt mache. Ja, definitiv. Das ist jetzt natürlich... ...gar nicht so schlecht. Okay. ...packen wir den Dreck auch noch hier mit rein erstmal. Ja. Wir müssen unbedingt ein Lagersystem haben. Was ist denn das jetzt? Was denn? So, am neuesten lässt er irgendwie immer alles fallen. Ich habe gerade meine Metallachse fallen gelassen. Aus irgendwelchen Gründen auch immer. Hast du G gedrückt? Mit G komme ich ja nicht mehr in die Nähe. Ich meine ja nur, weil... ...wir ja noch ein anderes Spiel spielen, da wo du automatisch laufen kannst mit der Taste. Ja, ja, nein. Habe ich nicht. Und sie ist weg. Ach, okay. Ist doch nicht wahr. Das ist doch einartig. Da war Lachsi doch noch. Mr. Hai, lassen Sie mich bitte in Ruhe. Ich bin gerade zu dumm, ihn zu treffen, oder was? Gehen wir erstmal hier wieder auf unser Floß und holen uns doch hier mal eben die kleine Möwe ab. Die wollte zum Essen bleiben. Ah, meine Gesundheit ist gerade ein bisschen niedrig. Wegen dem Hai. Achso, hier gibt es auch nebenbei zwei Lamas auf dieser Insel. Ja, wir haben leider noch nicht die Sachen dafür. Nee, ich wollte es ja nur erwähnt haben. Ja. Wäre natürlich gar nicht so schlecht, ne? Leder ist auch schon mal so weit durchgeforscht. Das ist natürlich ne Sache. Ja. Ja. Mag ich das mal? Nee, ich will nicht. Was ich ein bisschen doof finde, du kannst bei den stationären Anker... Ja. Da, wo ja ne Lücke drin ist, kannst du kein Wasser rausholen. Nee, das hab ich auch schon im Ersten festgestellt. Ich hatte dieselbe Idee. Das ist nämlich irgendwie... Wäre natürlich möglich im reellen Leben, aber in diesen Spielen nicht. Nee. Das geht so nicht, ne? Das macht immer Spaß, wie ich sehe. Ja. Er macht hier Sachen... Will Sachen kaputt machen. Aber... Nicht mit mir. Ich muss ihn so oder so gleich noch einmal töten. Ich will noch einmal tauchen gleich gehen. Ah. Aber vorher wollte ich etwas machen. Was wolltest du denn machen? Willst du gleich sehen. Okay. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. So. Das ist doch gut. Das sollte soweit funktionieren, ja. Ah, das hast du getan. Ja, noch einen zweiten, damit wir jederzeit was zu trinken hier haben. Das hört sich gut an. Von Holz her können wir noch ein bisschen bleiben. Ja, abbraten haben wir ja gerade nichts. Ich habe das eigentlich gemacht, weil ich gerade Durst hatte. Ja. Und da ich ja später mit Flaschen arbeiten werde. Was eine sehr gute Idee ist. Oh. Ähm. Ich glaube, wir brauchen... Das ist eine von den Kisten. Um funktionieren. Ja, wir haben genügend Kisten. Also so ist es nicht. Ah, ich habe hier jetzt mal was Neues reingetan, ne. Was hast du denn? Ah. Holz. Mhm. Äh. Ein bisschen will ich immer auf der Tasche halten. Fürs Reparieren. Ja. Kann ich hinterher auch die Sechs drinnen lassen, oder so. Das macht keinen Unterschied. Nee, nicht so. Ach, so. Wo nehmen wir das so mit? Ach so. Ich habe ja noch Federn. Von so einem Federkiste. Das ist extra schon eine Federkiste, haben wir schon. Ja, das habe ich schon gesehen. Also Rüben haben wir noch nicht angepflanzt, ne? Nee. Ich habe mal zwei Rüben in die... Ess ich immer sofort. Also brate die ab und ess die. Ja, ich habe mal zwei Stück in die Samenkiste gemacht, damit wir die nochmal anpflanzen können, wenn wir später größer sind. Damit wir ein bisschen Vielfalt dann haben. Ich brauche noch was zu essen für unterwegs. Ja, essen sollte ja eigentlich noch da sein. Die Schaufel kann ich erstmal ablegen. Hier ist auch noch ein Metallhaken drin. Ja, ich habe noch einen auf Tasche. Paddel könnte ich eigentlich auch ablegen. Erstmal vorübergehend. Das hört sich doch gut an. Ja. Dann geht mal eben ein bisschen Hai töten, ne? Das hört sich nach dem Plan an. Hai. Oder er will mich töten. Eins von beiden. Könnte beides passieren, ne? Ich bin immer noch für die Version, ich töte ihn und nicht eher mich. Sie wären natürlich die bessere. Gibt's doch nicht. Ich möchte nicht nochmal getroffen werden. Er ist tot. Juhu. Ein bisschen Hai. Hab ich ihn ja doch erst getroffen. Ja. Jetzt will ich eben an der einen Stelle runtertauchen. Ja, hier ist auch so eine Stelle. Wo es so ziemlich tief runter geht. Für das Metall. Äh, hier ist Kupfer. Erstmal das tiefste davon holen. Oh, und ich achte natürlich wieder nicht auf meinen Sauerstoff. Kann schon hoch. Das Problem hatte ich auch gerade. Ein bisschen Wasser hat er getrunken, anscheinend. Sollten wir uns denn doch wirklich Paddel machen. Äh, Paddel. Also für die Beine, ja, ja. Das sehe ich auch so. Du hast doch einen Feier und Bogen, ne? Ja. Hier ist ein Kugelfisch. Hier ist ein Kugelfisch. Nein, möchtest du den haben? Würde ich nehmen, ja. Wo treffen wir uns? Er muss... Schiff. Okay. Los. Whatever. Wie du es auch immer betiteln möchtest. Dann holen wir uns doch jetzt mal eben den Kugelfisch. Ich glaube, drei oder vier Pfeile brauche ich dafür. Ja. Lass ruhig ein paar haben. Hallo. Das ist schön. Kannst du auch behalten. Machen wir bei Gelegenheit neun. Dann wollen wir doch mal eben Kugelfisch jagen gehen, ne? Ja, tu das. Unter Wasser mit Pfeil und Bogen. Also... Genau, das hat man doch erwartet, oder? Ja, ich wäre da eigentlich für, ähm... Hapune oder irgendwie so gewesen. Das wäre sinnvoller. Ja. Nein. Und da ist er tot. Und damit haben wir unseren ersten Kugelfisch. Weiß. Bedeutet, wir könnten langsam auch Tiere sammeln. Ja, aber ich wäre als nächstes, glaube ich, erstmal für die Flossen. Glaube ich nicht so. Ja, die Flossen sollten wir eigentlich umbauen können. Dafür brauchen wir Seetank und... Äh... Was sollten wir da haben? Was sollten wir da haben? Und das Glibber. Was sollten wir auch da haben? Also, beides, was wir da haben. Ja. Hier ist so viel Metall. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Stück. Und ich kann nicht so lange unten bleiben. Müssen wir mal wieder auftauchen. Des Weiteren müsste der andere auch bald wieder kommen. Ja. Aber anders kannst du es ja nicht bewerkstelligen. Du musst ihn ja töten, damit du... ...tauchen gehen kannst. Was? Sind wir beide an derselben Stelle gelandet? Ja. Na, ich war hier schon... ...ja, schon... ...bisschen länger. Aber hier ist noch verdammt viel Eisen. Ja, ja, ich habe eben das ganze... ...Kupfer, was da war. Also, wir brauchen unbedingt die Flossen, damit wir schneller nach unten kommen. Ja, damit du... ...länger unter Wasser bleiben kannst. Ja, ja, wenn du schneller unten bist, kannst du ja auch schneller abbauen. Ja. Hier ist ja nur einiges an Eisen. Und das würde ich alles gerne mitnehmen. Ja. Ich glaube, ich könnte hier zu viel gewollt haben. Animation war durch, aber er hat wieder nicht eingesammelt. Oh! Na, hast du es geschafft? Ja, ich schwimme mal eben rüber zum Schiff. Los. Auf jeden Fall wird hier oben gerade die Welt kacke. Aua. Und der Freund ist wieder da. Ja. Man sollte mich ja gleich mal verteidigen, ne? Ja. Weil... ...den möchte ich jetzt irgendwie nicht so gerne haben. Ungerne, ja? Ach. Noch mal einen an die Flosse gegeben. Na, eigentlich müsste ich auch ein bisschen auf dem Fluss ein bisschen Energie sammeln. Aber... Aber... Ich muss hier Schritt für Schritt hier hinkommen. Ich muss den die ganze Zeit abwehren. Ah, das Problem. Auf jeden Fall hat er schon wieder ein bisschen Schaden kassiert. Ja. Das ist doch... Damit brauche ich einen neuen Speer. Auch noch. Naja. Aber alles zu seiner Zeit. Explosives Pulver musst du ja erst mal durchschmelzen. Stimmt ja. Das habe ich ja ganz vergessen. 17 Eisen. Ist doch schön. Ich habe schon ein bisschen Kupfer wieder weggeschmult. Da sind noch um die fünf, die fünf, sechs Stück. Also... Da ist einiges noch zu holen. Glaube ich gerne. Und da hinten ist eigentlich noch mal eine Insel. Hoffen wir mal, wenn wir mit der Insel durch sind, wenn wir mit der Insel durch sind, dass halt der Wind in der Richtung auch noch zeigt. Wäre optimal, dann könnten wir gleich die nächste Insel mitmachen. Ja. Die Köpfe. Der Kugel. Kugelfisch kannst du nachher essen. Damit kann man später kochen. Aber dafür sollten wir dann nochmal eine Extrakiste dann auch noch machen. Pack das erstmal hier mit bei all den Haikopfs mit rein. Wir fangen nochmal ein bisschen Haie hier auf dem Grill. Das sieht doch alles wunderbar aus. Meine Energie geht auch wieder hoch. Das ist doch gut. Das brauche ich nochmal für den Metallbahnbolzen. Eigentlich ein bisschen zu teuer gerade für mich. Meines Erachtens. Ein Metallspeer zu machen. Ja, aber er ist sinnvoller gegen den Hai. Ja. Weißt du was? Ich kämpfe noch einmal mit einem Holzspeer gegen den Hai. Okay. Apropos Holz. Wir haben keins mehr, oder? Doch. Doch. Hier, hier. Stimmt ja, war ja was. Wo ist er denn da? Große Haie. Kleine Quarfties. Das stimmt. Mit einem Holzspeer dauert das halt ein bisschen länger, ihn zu tönen. Aber es ist auch möglich. Und damit ist er auch wieder Tode. Nice. Dann kann ich ja gleich nochmal wieder tauchen gehen. Wird eben das Metall noch holen. Ja. Das heißt ja, diese Folge wird einen kleinen Ticken länger als die anderen. Ah, okay. Aber ich meine, das sollte ja auch möglich sein. Definitiv. Und ich meine, so haben die Leute auch viel mehr zu gucken. Das stimmt. Hihi. Wo war das jetzt noch? Bin ich schon dran vorbeigeschwommen? Ich glaube ja. Ah, Mann. Das ist immer so das Problem, wenn man in dunklen Tauchen geht. Da müsste das wohl in etwa sein. Richtig. Ja, das sieht gut aus. Ja. So, dann tauchen wir mal wieder ganz runter gleich. Und noch einmal Luft. Und ab geht's runter. Und dann wollen wir mal eben das restliche Metall noch holen. Viel Spaß. Ja, das werde ich haben. Gerade so ohne Hai ist das richtig schön hier unten. Das glaube ich gerne. Ist alles gut, wenn er nicht da ist. Niemand, der dich nervt, ne? Ja. So. Ich würde auch unter Wasser leben, wenn er nicht da wäre. Okay. Oh, oh. Ich hätte gerne Kiem. Ja. Hört sich auch nach dem Plan an. So, das Metall hätte ich. Ja. Ich weiß ja nicht, ist hier noch viel zu holen? Oder ist es eher so eine Sache mit, wir legen ab und gucken, was so auf uns... Ja. Ablegen wäre, glaube ich, nicht so die lechteste Idee. Glaube ich. Ja. Dann würde ich sagen, setze ich einfach mal Kurs in der richtigen Richtung. Ja. Ich lege ab und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ah, ist schon soweit. Ja. Okay. Alles klar. Denn... Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Crafty. D contemplation Bestivo Neubles 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 Neubles